Herr Hauptsturmführer, ich habe etwas zu melden. Habe es nicht Zeit bis morgen, wenn ich Dienst habe? Herr Hauptsturmführer, es geht um den Standartenführer. Schließen Sie die Tür. Herr Hauptsturmführer, es geht um den Standartenführer persönlich. Deswegen konnte ich mich nicht entschließen, zum Diensthabenden Offizier zu gehen. Berichten Sie. Herr Hauptsturmführer, ich bin hier, um zu melden, dass persönliche Informationen unangebrachterweise über einen Offizier geteilt wurden. Welcher Offizier? Helferin Elsa Strumpf hat amoralische Aussagen über den Kommandanten mit Rottenführer Bayer geteilt. Außerdem ist sie seine Geliebte. Was hat sie gesagt? Das kann ich nicht wiederholen. Jetzt sagen Sie schon, es ist ein Befehl. Das ist mir unangenehm, dass... Was um Himmels Willen, melden Sie dann! Was um Himmels Willen, melden Sie dann! Was um Himmels Willen, melden Sie dann! Und dann prendsνοen die Mut. Was um Himmels Willen, melden Sie dann! Was ist der Einstens Chat, der in einem richtig- Schwarzwald hat ein trofцевronisches Schl devenus Stég%, Ja, 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 ja!